Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Auch schon gehört? Ach so, Entschuldigung. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oh, entschuldigen Sie, ich habe nicht Sie gemeint. Sie müssen nicht rot werden. Ich bin eh nicht dieser Meinung. Seit Jahrzehnten versucht man Ihnen einzutrichtern, dass Ihr Verhalten aufgrund Ihrer Genveranlagung verantwortlich ist. Dem ist leider nicht so. Wir wissen aufgrund neuster wissenschaftlicher Erkenntnisse der sogenannten Epigenetik, dass es vor allem auf Ihr Umfeld vorankommt. Okay, und was nützen mir nun diese Informationen, werden Sie sich vielleicht fragen, oder hoffentlich? Dann sollten Sie zu uns kommen, denn wir haben noch ganz andere Fragen. Wie zum Beispiel, was haben Sie als Kind gern gemacht? Oder wo lacht noch heute Ihr Herz? Oder wo sind Ihre Leidenschaften? Ja, aber warum denn nun diese Fragen? Ganz einfach. Denn wir beschäftigen uns vorwiegend mit diesen Faktoren und weniger mit den Qualifikationen. Ich verrate Ihnen nun mal etwas. Alles, was Sie gern machen, machen Sie gut. Und was Sie gut machen, machen Sie erfolgreich. Apple Tree berufen, finden und leben. Wir gehen dabei ganz neue und andere Wege. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen Ihren Sinn und Zweck, Ihr Beitragsleitbild sowie fünf Lebensziele. In kurzen, aber intensiven Coachings finden wir Ihre Leidenschaften, Ihre Berufung und helfen Ihnen auch, Ihren Traumjob zu vermitteln. Wir haben einen Pool von Unternehmen und einen Pool von Menschen. Und dort, wo es passt, verbinden wir. Also, geben Sie Ihrem Leben einen leidenschaftlichen Impuls. Let your Apple roll. Let your Apple roll.